Im Kanton Aargau bei Chen van Loon, multikulturell und polyvalent, vereinen sie Weinkultur und Kraftbier. Der Australier Christopher Chen ist Onologe, Luc van Loon, Chemiker und Winzer aus Belgien. Sie brauen auserlesenes Bier für die Gastronomie, das zu Speisen passt wie grosse Weine. Gebraut wird mit Einflüssen aus der Weinbereitung, mit besonderem Interesse für Assemblagen und Häfen. Das kalkhaltige Wasser aus dem Jura definiert den Stil. Kräftig, komplex und elegant. Eine einzigartige und niveauvolle Produktion.